Also unter mir So da stehst gerade unter mir Wir brauchen noch einen zweiten Ball Obwohl, Majan, wir könnten eigentlich ins Ziel, ne? Das weißt du Moment mal Es fehlt nur... Eigentlich ist nur der Punkt nötig Äh, wir brauchen ja den Laser gerade nicht mehr, ne? Ne Ich aktiviere mal die scheiß Fläche Das ist der, das ist der Punkt, Majan Das ist der Punkt Der Laser war ja nur da, um zu zerstören Genau so ist es Jetzt Holen wir uns mal So, und ich wette jetzt ist der Laser deaktiviert Dieser, diesen Laser Schild Da bei mir fällt immer was im Wasser Ne, der ist aber noch nicht deaktiviert Aber bei mir fällt jetzt immer was ins Wasser Das ist die zweite Kugel Ja, nur wo? Die fällt auf der Brücke ins Wasser Auf dieser, auf diesen bewegenden Fahrstuhl Wo? Aber weißt du das? Ich glaube die ganze Zeit schon Ich glaube die ganze Zeit schon Echt? Ja, na die braucht man halt nicht Sagt das nicht Stimmt, guter Einwand Hier Ja, da fällt sie runter Siehst du? Äh Ja, na dann holst du dir mal Aber hast du es gesehen? Hier, der fehlt nur Oh, ja Ach ja, stimmt Du musst dir gleichzeitig noch helfen und den Button drücken Äh, Moment, da muss ich kurz zurück Naja, in die andere Richtung Naja, in die andere Richtung Aber weißt du, wir könnten eigentlich rein Naja, ich glaube Ich weiß nicht was ich glaube Was machst du? Äh, zu dir komm Hi Achso, okay Äh, wir steigen jetzt allemal zu hier drauf Und jetzt gehen wir mal Jetzt versuchen wir mal durch die Tür zu kommen Ja Finde ich aber nicht cool, geh mal wieder raus Geh mal wieder raus Oh, das ist ja jetzt der Geist der Scheiß, wie közt theoretisch Nee Auch du sagst Aber du sagst, ne Aber du musst in die Richtung, du musst in die andere Richtung, musst du durchgehen Sag bloß Ich, ich hab doch keine Volleile Alzheimer Ich weiß, was die zweite Kugel macht Und erst dann Gehen wir durch Uh So Musst jetzt mit dem Ding springen Sag bloß Nee, müssen wir nicht, müssen wir nicht Müssen wir nicht Müssen wir wirklich nicht Hä? Pass auf Du bleibst jetzt dort stehen Achso, du schickst mich durch Ja Du kannst ja auf die andere Seite durch So Beim nächsten Mal machen wir das Aber ist da kein Schild? Nee Da ist kein Schild Okay Hoffe ich Ja, sonst holen wir uns ja eine neue So Dann Ich drücke jetzt mal lieber Ja So Ja, stimmt Jetzt kannst du einfach hoch Da, nicht dort Aber hier kannst du hoch Ja, aber ist nicht oben auch Schild? Na, nicht dort vorne Doch Ah, scheiße, doch Scheiße, wie machen wir denn das jetzt? Also eigentlich sind wir schon fertig noch, aber Warte mal, ich mach da, mach da, mach da, mach da den, den, das Tor auf Oh 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 ja Das bringt dir auch nicht, ne? Warte mal, durch den Laser Aber was bringt dir das? Keine Ahnung, wo ist denn die Kugel dann? Ja, doch, das ist richtig Ja? Ja Mal nochmal auf Äh Alter Ich hoffe, die bleibt dort liegen jetzt Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein, oh nein, oh nein Oh nein Ja Warum bist du hier irgendwo durchgegangen, du Spinner? Na, wohnt denn durch? Na, von der anderen Seite, ich hätte dir einfach das Tor aufgemacht hinter dir und dann wärst du einfach rumgesprungen Äh, das wäre viel zu logisch Ich höre mir jetzt noch eine neue So So Okay, nochmal den Spaß Aber warum ist jetzt hier solche Flecke hier dran? War aus Spaß Man kann die auch einfach hier durchrollen, ne? Wo durchrollen? Na Gott, mach jetzt erstmal hier durch Scheiße Scheiße Ja, sie hoffen, ich mach die Kugel jetzt ein Stufes Hehehe Dann werden wir ja gleich gehört Wo durchrollen? Wo, wo, wo wollen wir die denn durchrollen? Hier links, genau hier links Geh jetzt einfach durch Und jetzt hier durch Und dann schnell Nein Aber das war's Das war's Und Mayan, wenn die jetzt hier ist, was bringt die da dann hier? Das ist totaler Käse, was du erzählst Portalfläche Ja, das ist es Nochmal Portalfläche Ne, das war's schon wieder Ja, toll Und jetzt? Keine Ahnung, wenn ich nicht hier drin bin, kannst du dann die nicht holen? So? Weil du oben bist? Keine Ahnung, woher soll ich denn das wissen? Hm, ich weiß es doch nicht Na, wir können ja theoretisch durch, du Bab, aber Du wirst es ja zwingen Aber ich will's auch wissen Die Neugier packt mich Ah ne, Quatsch, woher darf ich denn? Ja, was willst du jetzt grad machen? Äh, mach mal Oder wir versuchen halt wirklich mal mit der Kugel zu springen Es sind ja nur zwei Sprünge in dem Sinne Ja Na, du hast gesagt, nee Und dann... Ja, dann machen wir's halt doch Ging die ganze Scheiße los Äh, wie komm ich denn jetzt grad nochmal zu dir? Hä, ich, ich, ich... Ja, ich muss springen Ich staumeier Aber, äh, das muss gar nicht ein einzelner machen Ne, doch nicht, wir kommen doch nicht durch Weil hier ist, äh, wieder so ein Schild Echt? Wo ist das Schild? Ja, da Und was ist, wenn wir links dann gehen? Ja Äh, alles mit Glas zu Achso, ja, ich sehe das schlecht durch dein... Durch dein Ding So Ja Okay, wir haben keine Chance, das von dort zu holen Ähm, machen wir bitte nochmal den Button hier, damit ich mal drüber komme Wäre ja zu schön gewesen, um es zu schaffen Ich hole jetzt nochmal die Kugel Was ist denn das jetzt gewesen? Ich bin da durchgerutscht Oh, ha, ha, man, ich will nur, dass du hier rüberkommst du da nicht ist alle langsam genervt das bringt nichts ich hab's schon so oft gesehen ja du hab ich nicht so jetzt komm schon Meister Meistru hier ich wollte das eigentlich mal ich wollte mal wissen was dort hinten ist hier so das ist ja nicht nur ein einzelner gang da waren die Sentries du sparen ob da noch was ist ich hoffe das war glaube ich knapp oben sind auch nur alles laser also du musstest dadurch schon rollen dann mach bitte jetzt nochmal ja jetzt lauf los und go Moment äh ich muss jetzt auch dorthin kommen das heißt ich muss springen scheiße keine bange das schaffen wir noch vor allem eigentlich haben wir es schon geschafft ne ja eigentlich können wir da durch aber ne wenn der uns jetzt schon mal die möglichkeit gibt jetzt sorgen irgendwas zu machen vielleicht gibt es ja dann sowas wie ein easter egg weiß ich nicht unbedingt glaub aber naja ja du bist dir gesprungen oder zu spät und wie die scheiß Kamera mich anklatscht ja das habe ich habe genau das gleiche grad gedacht genau das gleiche das habe ich schon mal glaube ich vor 20 Minuten gedacht aber seitdem war ich nicht mehr so hier wir haben sie auch eigentlich eine Zeit lang nicht mehr nötig gehabt hier zu springen, ne? Das hat gesagt dann zu dir kommend, ja Ne, das geht aber nicht ohne dass wir die ganze Scheiße noch mal machen müssen ich krieg das noch hin, ich muss mich nur konzentrieren konzentratieren konzentrieren du musst es aber jetzt noch übertreiben, ne? mhm warum spricht er nicht so weit? das weiß ich leider vor ihm was soll denn das? das hat er vor uns funktioniert weißt du dezent, wie lange wir hier schon dran sitzen? 100 Stunden gefühlt auf jeden Fall äh, ich weiß warum die blaue Fläche hier ist welche blaue Fläche? oh du hast es geschafft geil ja, auch welche blaue Fläche du meinst die dort außen? wofür? ja, wenn ich hier rüberspringe, komm ich wieder dorthin was ist dort? da Eingang achso, aber orange na, orange ist einfach aus Spaß da, aber so ne, ich muss hoch hey, du bist oben das ist die Kugel liegt jedenfalls relativ sicher hier wach, mir keine Herzenfakte wach, mir keine Herzenfakte bist du drin? du musst jetzt in den Strahl reingehen was muss ich? in die, ja, die bleibt strahlen und dann nach oben gucken so und ganz weit nach oben gehen, ja das geht nicht, Mojan, das hätt ich dir auch so ausmachen können oh, das geht doch, du hast recht bist dein Genie, Mojan ey, jetzt bin ich gespannt also, ich frage mich, ob jetzt noch ein Easter Egg kommt oder sowas mach das jetzt einfach drauf, mein, ich hab keinen Nerv mehr alter, hier ist eine Brücke wo? da kommt man jetzt direkt zu dieser Portalfläche und die lässt es da aus und dann kommt man hier ach so wir haben gecheatet, Mojan wieder mal der hat nicht, der hat nicht dran gedacht, dass man den Würfel über die, über die Band hier schmeißen kann ähm, Micha, geh mal kurz zur Seite ich möchte hier noch durchjumpen das, das vergnügen da hat er nämlich einfach nicht dran gedacht äh hat einfach nicht dran gedacht, dass man den Würfel über die Band hier schmeißen kann ganz ehrlich, der hat an so viel Scheiß hier gedacht und daran nicht da haben wir erwischt wir sind schlauer als der, siehst du? alter, das ist so abartig, wüsste das wir hätten das eigentlich noch machen müssen weil das ist nämlich die Lösung des Ganzen der Sting nee, wir hätten da noch jetzt will ich wissen, ob dieser Button jetzt endlich freigelegt wird wir hätten da nur eigentlich hier rumgehen können jetzt hoppala, wenn ich nicht zu dumm bin zum Springen ich will jetzt wissen, ob dieser Button nee, der Button, der ist einfach nicht, nicht frei ich weiß nicht, wie man das noch machen sollte ich glaube gar nicht das ist einfach nur Fake das sieht nur schön aus, aber mehr auch nicht und wozu ist der dann da? welcher? aber ich gäbe mich damit zufrieden hä, welcher? da ist na der hier wozu ist, wo ist, wozu ist dann dieser Cube ja da wir haben sie aktiviert alles hat alles hat einen Sinn gehabt außer das Ding weil das kann man nicht aktivieren naja, mit alles hat einen Sinn gehabt weiß ich ja nicht das war manchmal ganz schön bekloppt na, es ist nix umsonst eigentlich, doch die orange Fläche war auch umsonst hast recht, aber oder vieles war ja irgendwie einfach nur platziert, um uns zu nerven zum Beispiel am Anfang mit den scheiß Sprücken oja, wir gehen jetzt jedenfalls ins Team äh äh so kann man nicht zurück wie, wie kommt man denn gut zurück? na, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier hoch schon von oben kann man runterspringen oder so, oder? übrigens ist doch jetzt hier der Laser aus alter, das ist so einfach jetzt was? die haben uns hier abgemüht das ist so einfach jetzt ist der Laser hier sogar aus ja, aber äh, kannst du dich noch dran erinnern äh, wie wir es überhaupt geschafft haben die Kugeln zu bekommen? ne war das sogar erst möglich mit den ganzen Cubes? also wir hatten ja den den durchsichtigen Cube und den normalen Cube die hatten wir ja beide, ne? also hatte äh, haben also dieser Cube den wir unten aktiviert haben mit dem durchsichtigen jetzt hatte der was was gemacht oder nicht das habe ich nämlich da hat der was gemacht der was denn? ich kann mich nicht mehr dran erinnern ja, der hatte die erste die erste Kugel freigeschaltet achso, das war die erste Kugel ne, das musste man machen und die zweite Kugel wie hat man die freigeschaltet? wie war die erste Kugel? ne, niemals die hat man anders freigeschaltet so viel hatten wir jetzt gar nicht mehr zu machen wie hatten wir die zweite Kugel freigeschaltet? ne, ich glaube die zweite ne, die zweite Kugel ging durch den Button äh, durch den Cube da unten so war das was? äh, die die ist durch den äh, Cube da unten entstanden und wie ist dann die erste Kugel entstanden? der Button, den wir noch unten hatten hä? wir hatten unten auch noch einen Button wo denn? ganz unten, dort wo jetzt dieser Class Cube ist dort war auch noch ein Button hm, stimmt vielleicht der ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern ja, stimmt, doch, du hast recht der Button hat den ersten und dann sind wir auf die Idee gekommen also du bist auf die Idee gekommen ich will mich nicht nicht treppen Lorbeeren schmücken dass man den Cube ja gar nicht mehr braucht sondern nur um die Sentries zu zerstören und da haben wir das dann nochmal geändert und dann hat's geklappt ja, stimmt schon so, äh das hätten wir alles auch ohne den hier geschafft wie kommt man denn einfach hier zurück? ich möchte einfach nur noch ich möchte einfach nur noch durch Portal schreiten ich, ich lasse mich jetzt einfach umbringen ich hab's gerne drücken nee oh Marjan, das ist doch scheiße Mann, hier wär's doch gewesen hä, wo denn? na hier, wo ich grad stehe äh, wo ist das? wo ist das? hier beim Orangenstrahl ach so sag das wie oft sind wir jetzt hier gewesen an dem Punkt? zu wenig so, können wir jetzt einfach durchgehen äh, du weißt schon, dass es letztens auch nicht so gut gelaufen ist, ne? was mit dem Durchgehen? ja, da ist einer von uns abgekratzt ja, da war ich nicht nur durchgehen wollte ja ich wollte ja nicht durch ja das hat sich keine Scheiße so ach, alter ey alter alter, ne auf jeden Fall zwei Daumen nach oben nur zweieinhalb ne, niemals ach ja wollen wir jetzt eigentlich Schluss machen oder nochmal nächstes? na, ich mach jetzt bestimmt kein Level mehr na gut dann ciao